Die toxische Umkehr im Mobbing, wenn Täter sich als Opfer ausgeben. In diesem Video habe ich keine wilden Tipps für dich. Ich möchte dich eher auf eine Problematik aufmerksam machen, die es leider gibt. Und du musst für dich einfach letztendlich wahrscheinlich auch damit klarkommen, dass das so ist. Denn Menschen, manche Menschen neigen mitunter dazu, sehr manipulativ zu sein. Jetzt können wir sagen, das ist sehr schlimm und das ist zu verurteilen. Wir müssen aber erstmal verstehen, es ist wie es ist. Diese Menschen haben offensichtlich keine bessere Strategie, um zum Beispiel mit Konflikten umzugehen. als zu manipulieren. Sie haben es vielleicht auch nie anders vorgelebt bekommen. Und was bei dieser toxischen Umkehr nämlich letztendlich passiert ist, du selber als Beispiel bist Opfer von Mobbing-Problematiken. Und du hast einen Weg gefunden, damit umzugehen und irgendwann ploppt es vielleicht sogar auf, dass jemand anderes dich gemobbt hat und es fangen an, Menschen so Bystander zu werden. Also dir zu helfen. Sie werden zu vermeintlichen Helfern. Und was dann manchmal passiert ist, dass die Täterseite, die eigentlich die Mobbing-Situationen gegenüber dir ausgeführt haben, und hier muss man wieder differenziert sagen, Mobbing ist eigentlich ein gefühlter Prozess. Es kann sogar sein, dass du vielleicht erst sehr spät das Gefühl hattest, gemobbt zu werden. Jemand anderes wäre vielleicht schon viel, viel schneller an den Rand seiner mentalen Kapazität gekommen. Wichtig ist aber, dass du verstehst, es kann vorkommen, dass jetzt die Täter das Umdrehen und sagen, sie wurden ja von dir gemobbt und sie waren ja nur in der Situation, dass sie sich wehren mussten und dass es überhaupt nicht anders ging und dass du eigentlich der Böse oder die Böse bist, die alles getan hat. Und jetzt werden wirklich Tatsachen verdreht. Und eine Sache kann ich dir auch aus einer gewissen Erfahrung sagen. In diesem Fall wirst du Menschen nicht mit rationalen Argumenten überzeugen, denn mitunter glauben sich die, die diese Umkehr machen, alles das, was sie sagen, beziehungsweise irgendwann bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, als alles das zu glauben, was sie behaupten, weil ihr gesamtes Bild darauf aufbaut. Und wenn du dich dann so festgefahren hast, auch in Lügenkonstrukten, nennen wir das jetzt mal, oder in Verdrehung von Tatsachen, bewusst oder unbewusst, dann kommst du da irgendwann nicht mehr raus. Jetzt fängst du an, rational zu argumentieren und zu sagen, aber, aber, aber. Nur die Gegenseite, Gegenseite in Anführungsstrichen, die kann das überhaupt, sie könnte dir gar nicht zustimmen. Das heißt, ab einem gewissen Level auch an Manipulation, die passiert, kann ich für dich eigentlich nur rausarbeiten, ist das Wichtigste, dass du dich schützt. Dass du einen guten Rahmen findest, nicht selber irgendwann alles, was du gemacht hast, in Frage zu stellen und nachdem du Opfer von Mobbing warst, dich dann auch noch in die Ecke stellen zu lassen, dass du vielleicht sogar der vermeintliche Täter warst. Und dann fängst du an, an dir zu zweifeln und denkst, vielleicht hatten sie ja recht. Vielleicht, das ist absolutes Kopfgeheer, also das ist überhaupt nicht gut, was da passiert. Und das passiert mitunter, ja, und ich kann dich nur dazu auffordern, finde Menschen, wo du sagst, boah, denen vertraue ich wirklich und geh mit denen in den Austausch. Und wenn du das Gefühl hast, da bröckelt was in dir und du denkst wirklich darüber nach, ob du an allem schuld bist, ob vielleicht du durch dein Verhalten dazu geführt hast, dass die sich gemobbt gefühlt haben. Schütze dich. Differenzierung an dieser Stelle. Wir sind immer ein Stück weit für das, was in unserem Leben passiert, mitverantwortlich. Wichtig ist, wir sind nicht schuld. Und es gibt Situationen, da kann man nix, aber auch gar nix dafür, dass man in eine Mobbing-Problematik gerutscht ist, ja. Ja, ganz, ganz wichtig. Gibt es aber auch Fälle, wo die vermeintlichen Opfer etwas dafür getan haben, dass das später passiert ist, was passiert ist? Ja, hier braucht man auch nicht um heißen Brei rumreden und sich sozusagen den Mund verbieten lassen von den Leuten, die behaupten, dass es so etwas nicht gibt. Natürlich gibt es so etwas. Ist das ein kleiner Teil? Ich kann da keine statistischen Tatsachen zu behaupten. Ich kann nur sagen, ich war über eine Dekade in Schulen und Kietes, aber das ist mehr für Schulen relevant, unterwegs, wo man ganz klar oder auch in Einzelcoachings ganz klar sagen kann, ja, unser Verhalten hat eine Mitauswirkung. Wichtig ist aber, hör auf zu glauben, dass du schuld bist. Denn wenn jetzt zum Beispiel du wirklich für dich weißt, boah, warte mal, ich habe mich wirklich fair und achtsam mit meinen Mitmenschen verhalten, ich habe niemanden provoziert, niemanden bloßgestellt, aber scheinbar bin ich eine Leinwand für Menschen geworden, die sich in irgendeiner Weise durch mich getriggert gefühlt haben, für die ich vielleicht sogar einfach auch nur ein Bauernopfer war, sodass sie angefangen haben, mich zu mobben. Und jetzt hast du wirklich dein Bestes dafür getan, das aufzulösen. Und aus irgendeinem Grund wird plötzlich dann auch noch alles verdreht und du bist angeblich der Täter, dann schützt dich da wirklich vor und da musst du Gespräche führen. Es gibt nicht so viele Menschen, die so stabil sind, gegenüber dieser toxischen Umkehr gewahr zu sein und die dann wirklich anfangen, sich selber auch noch eins, also dann am Ende wirklich auch noch glauben, sie sind schuld am einen. Und wenn ich in einem Video sage, dass du eine Mitverantwortung übernehmen kannst und dein Verhalten anpassen kannst und in die Eigenverantwortung gehen kannst und gucken kannst, was du anders machen kannst, weil ich verdammt nochmal daran glaube, dass du ein Mensch bist, der stark ist, auch wenn du selber noch nicht vielleicht für dich glauben kannst, weil ich gesehen habe, dass in so vielen vermeintlichen Opfern eine so unfassbare Stärke steckte, auch wenn andere in Social Media behaupten, die armen Opfer, die armen Opfer. Das kann jeder tun, wie er möchte. Ich glaube aber nun mal an die Stärke im Menschen. Ich glaube auch an die Stärke in dich. Und ich glaube auch daran, dass du diese Stärke mitbringst, wenn deine ganzen Lebensverhältnisse vielleicht offengesprochen einfach gerade nicht so sind, wie du sie dir vorstellst. Ich glaube aber daran, dass wenn du auf dieser Welt bist und du kannst an irgendwas glauben, glaub an welche Religion du glaubst oder an was auch immer du glaubst oder ob du gar nichts glaubst, ist mir völlig wurscht. Ich glaube aber daran, dass wir alle von irgendeiner größeren Quelle eine unfassbare Stärke mitbekommen haben. Manche von uns haben sie vergessen. Und ich bin halt jemand, der nicht sagt, oh Mensch, du armes Opfer. Ich glaube daran, dass in dir so viel Gutes und so viel Starkes steckt. Und deswegen will ich dir einfach nur sagen, lass dir das nicht von Menschen nehmen. Lass dir nicht einreden, da fliegt schon wieder mein Mikrofon runter. Lass dir von Menschen nicht einreden, dass du vielleicht auch noch der vermeintliche Täter bist, obwohl du dich die ganze Zeit wirklich super fair verhalten hast, obwohl Menschen dich fertig gemacht haben. Und du warst bei dir und du warst in deiner Ruhe. Und dann wird hinterher noch alles toxisch umgedreht. Und du bist nicht schuld. Kannst du durch veränderte Reaktionen etwas bewirken? Ja. Wenn du Lust darauf hast? Ja. Aber du bist nicht schuld. Und wenn dann Menschen auch noch umdrehen und sagen, dass du eigentlich der bist, der mobbt, sei gewahr und schütze dich davor. Das ist eine übelste manipulative Masche, die die vermeintlichen Manipulateure übrigens häufig auch gar nicht einsetzen, um dich wirklich fertig zu machen. Du bist nur eine Leinwand. Du bist leider sozusagen an der falschen Stelle in ihrem Leben sozusagen reinkarniert, wenn man so möchte. Leider. Aber jetzt ist es nun mal so. Aber auch die vermeintlichen manipulativen Menschen sind wahrscheinlich nur so, weil sie es leider nie anders gelernt haben. Und jetzt kannst du für dich auch mal reinfühlen. Aber warte mal, ich habe es doch anders gelernt. Ich war doch sogar irgendwie nicht gemeint. Also ich habe, selbst als sie mich gemobbt haben, habe ich nicht angefangen zurückzumobben. Und dann guck dir in den Spiegel und sag dir doch bitte einmal mal selber, wie stark du bist. Und dann wird es Menschen geben in Social Media, die dir weiterhin einreden wollen, dass du aber das Opfer bist und dass du gar nichts machen kannst. Und dass jetzt einfach nur die schlimmen Menschen, die sind ja an allem für alles verantwortlich. Und du bist das Opfer. Und ich gehe nicht mit, dass man Menschen einredet. Denn sie sind die Opfer, nur weil man selber vielleicht für sich in seinem Leben den Lebensweg eingeschlagen hat, zu sagen, ich habe mit nichts was zu tun. Ich bin für mein Leben nicht verantwortlich. Ich glaube an dich. Und das ist wirklich etwas, was ich immer wieder sehe, dass Menschen einfach nicht bereit sind zu sagen, ich bin nicht schuld, aber ich kann Verantwortung übernehmen. Und du kannst Verantwortung übernehmen. Und jetzt übernimm Verantwortung. Und wenn du in so einer Situation bist, dass Mobbing toxisch auch noch umgedreht wird, hol dir Gespräche mit Menschen, denen du vertraust. Ob das Vertrauenslehrer sind, Schulsozialismus, Mitarbeiter, Eltern, Verwandte, einen Onkel, eine Tante, vielleicht eine Freundin, der du vertraust. I don't know, ob du zu einem höheren Gott betest, an wen auch immer du dann glaubst, ob es Gott ist, Allah, wer auch immer, was auch immer dir Kraft gibt. Aber geh in die Kommunikation mit Menschen, wo du deine Kraft weiter aufbauen kannst, wo du die Stärke haben kannst. Denn Menschen können anderen Menschen helfen. Friss es nicht in dich rein. Friss nicht in dich rein und glaub vor allem nicht, dass du jetzt auch noch an alle dem schuld bist. Lass dich nicht toxisch in eine Ecke drängen, sondern bleib bei dir und bleib in Gesprächen mit Menschen, die dir gut tun. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Die anderen Social Media Kanäle findest du hier. Ja, und andere Videos werden dich hier auch irgendwo eingeblendet. Solltest du allerdings nicht nur für dich Infos suchen, sondern diese Infos auch an andere weitergeben wollen, dann guck mal auf www.starkeuchohnemuckis.de vorbei. Wir begleiten dich dabei, Kinder zu stärken. Nebenberuflich oder hauptberuflich. Du lernst von uns alles, was du brauchst, um einen Unterschied auf dieser Welt zu machen. Lass uns gemeinsam dafür antreten, Mobbing in drei Generationen aus dieser Gesellschaft zu verbannen. Lass uns mehr Liebe in die Welt hineinziehen, denn das ist bitter nötig. Sprich mit unseren Ausbildungsberatern, schau dir die Webseite an,